Es ist Juri, von der Weihnachtsfeier. Ja, ich sag's doch! Juri, ist lustig! Aber ich muss dich trotzdem erschießen. Kommen sie jetzt auch zu? Kommen sie jetzt auch zu? Der Arm ist weg! Scheiße, es ist mir zu viel! Es wächst mir über den Kopf! Ich muss weg! Nein! Ein Spieler... Ich war fleißig! Ja, schöner Loot erwartet mich! Oder auch nicht! Was ist das für eine Drecksbude hier? Komm her! Okay... Oh! Drüben ist einer gelandet! Wo ich vorhin war! Stapft übers Holz! Als gäbe es keinen Morgen oder keine Feinde! Mach der ein Lärm, Alter! Wie so ein Elefanten im Porzellanladen! Rammelt er hier rum? Scheiße! Ich bin am Gebüsch hängen geblieben! Das hat er doch gehört, oder? Hallo! So! Aber gut bepackt! Rotjacke! Links gestrickt! Strom mit zum Genick! Wie springt er rum? Was war mit ihm los? Wo ist er hin? Vielleicht spiel ich bald mit Meier! Wir schießen uns in die Eier! Das wird ein Spaß! Wir pissen uns die Hosen nass! Ey, das kann ich im guten Meier nicht antun! Völliger Noob! Ich schieße ihm da wirklich noch fälschlicherweise in die Eier! Scheiße! Nichts drin! In dieser Rotztasche! Wie ist der Waschen? Oh! Kommt er wieder! Gesprungen! Der fröhliche Hüpfer! Vom Dienst! Knaller! Knaller! Mann! Kein Hinshot! Kein Hinshot! Scheiße! Knaller! Verdammte Axt! Da ist er tot! Endlich! Er wird nicht mehr gesprungen! Wo muss ich überhaupt hin hier? Road to Customs! Oder Ressort, Alter! Das spare ich mir! Bei meinem Zustand! Da springt mich ne Fliege an, da liege ich tot an Eike! Lass bitte Heilung hier drin sein! Komm schon! Irgendwas! Eine Mission brauche ich! Was ist das? Was ist das? Ein Kamerad sozusagen! Das ist Juri von der Weihnachtsfeier! Raus mit dem Scheiß! Juri! Du lustiger Gesell! Du hast näher zur Weihnachtsfeier immer viel... Ja ich sag's doch! Juri ist lustig! Aber ich muss dich trotzdem erschießen! Ich brauche doch Heilung! Hoffentlich hast du irgendwas zum heilen mit dabei! Du armes Schwein! Nicht, dass ich dich umsonst erschossen habe! Weihnachtsspaßvogel! So! Oh! Schöne... Schöne Westerhaste! Nehme ich mir doch glatt mit! Und deine Knarre auch! Mann! So! Zeugs rüber! Was zu trinken? Aber er hatte keine Heilung! Oh! Igor! Alter! Hast du Heilung dabei? Alter! Wolltest du jetzt... Wolltest du mich anmachen oder was? Ich hoffe du hast Heilung dabei! Igor war das Arschloch auf der Weihnachtsfeier! Der hat alle Weiber angekrapscht! Den habe ich gerne erschossen! Mit einer Weiber angekrapscht bin ich das! Oh ja! Da vorn! Eine Minute 16! Oh ja! Und keine Sekunde... Ein Kamerad! Hat einer meiner Freunde getötet! Ihr Schweine! Keine Sekunde zu früh hier am Ausgang! Alter, das war eine Fahrt! Junge, Junge, Junge! Schafft! Puh! Junge! Mir geht es hier ab gleich! Er traut ja gar nicht sein Köpfchen durch die Tür zu strecken hier! Da fängst du doch noch einen Headshot ein hier! Alter! Beruhigt euch! Ich will doch nur raus! Ich will doch meinen Gottverdammten Job machen! Diese Gottverdammte Quest! Dahin geht es ab! Da geht es ab! Da geht es ab! Da geht es ab! Ich sehe aber nichts! Oh! Kommen sie jetzt auch zu mir? Kommen sie jetzt auch zu mir? Kommen sie jetzt auch zu mir? Mann! Junge, er war ja richtig jezornig! Da wollte er unbedingt hier rein! Das ist ein Spieler oder? So! Scheiße! So! Deckung! Warum? Deswegen wahrscheinlich! Alter! Ich komme hier nicht raus aus dem Loch! Stopp! Aber ich treffe ihn wohl doch noch heute! Jetzt! Was? Wer will seinen Bodyguard rufen? Ich rufe meinen Bodyguard! Hat er gesagt! Sein Bodyguard kann mich am Arsch lecken! Ich bin trotzdem tot! Einer! Da ist aber noch ein Spieler auf dem Feld! Ja! Das war sein Bodyguard! Der hat jetzt ins Gras gebissen! Mann! Alter! Okay! Den hat es auch zu Boden geschickt! Ich komme aus diesem Loch hier nicht raus! Alter! Ich muss irgendwas reparieren! Hallo! Lasst mich in Ruhe! Junge, wo kommen denn die alle her? Hä? Auf den Knaller! Knaller! Drei Mann! Der Arm ist weg! Mein Arm ist weg! Mein Arm ist weg! Der ist ja wirklich verräuchelt! Genitalien! 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 Sie fuhren! Genitalien! Genitalien! Das stimmt nur zu! Gräfin stecken rein! Reckenstein! Wer kennt das nicht? Nichts! Alter! Ja! Geht schnell bei mir! Ich bin völlig im Arsch, aber die haben mich zerschossen schon Ich blute und habe alle möglichen Verletzungen Hätte man zum Arzt gehen sollen und hat gehustet Oh, die Arda Sehr schön So, fast Oh, ich bin wieder gut geheilt Jetzt Da kann der Spaß weitergehen hier Ich hänge immer noch in dem Drecksloch Ich will hier raus, Alter Aber da kommen schon die nächsten angestiefelt Zeit hier noch zu retten, sag mal Ja, sag mal, du 11 Minuten noch Wenn ich die Quest erledigen will, muss ich hier irgendwie mal rauskommen Einfach losstürmen kann noch dein Ende bedeuten Ah, ist mir durch die Lappen gegangen Ist mir durch die Lappen gegangen Na ja, gucke ich mal, was der Bruder da unten hat Nur Scheiße Nur Scheiße Lauf jetzt, lauf Das nutze ich Oh, ich würde gerne looten Ich würde gerne mal die Ander einfahren Und die Quest machen Ah, hier liegt Zeugs rum Das will ich haben eigentlich Trampelt der oben rum Oh, da war noch ein Spiener ohne Mix Also Augen auf dem Straßenverkehr hier Die Fabrik ist kein Spielplatz Älter Älter Alter Noch ein Spiegel raus Oh, mein, überall wie die Ratten hier Älter Älternaften für ihre Kinder Dort Nein, was Oh, verröchelt Den haben ich aber schön in den Schädel geschossen Nur gut, dass ich die Art auch noch gefunden habe Tschüss, Kumpel Oh, oh Ich hänge Er hat mir meinen Schlüpfer blutig geschossen Das dumme Schwein Scheiße, es ist mir zu viel Es wächst mir über den Kopf Ich muss weg Nein Das war mir jetzt echt zu viel Die sind mir echt über den Kopf gewachsen Ich habe den Überblick verloren Ich habe einfach den Überblick Oh Ein Spieler Und neun Scavs Ich war fleißig Aber die kamen ja auch Wie die Ratten 1.310 Schaden, oder? Das war nicht schlecht Aber 3.000 Punkte bloß Ein bisschen dürftig, oder? Hm Na ja Aber war geil daran Nur liege ich im Dreck Und das ist scheiße Das war nicht nur für die Rundfunk 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 Das war nicht nur für die Rundfunk